Eine Liebesgeschichte, so schön wie ein Traum. Florence Mbreisen postete küsslich, dass er Beatrice Eggly einen Heiratsantrag machen wolle. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schadenfläche abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhandeln. Die traumhafte Liebesgeschichte von Florence Mbreisen und Beatrice Eggly hat gerade ein neues glückliches und bedeutungsvolles Kapitän erhanden. Als Florian selbstbewusst in den sozialen Netzwerken seine Absicht teilte, Beatrice Eggly einen Heiratsantrag zu machen. Diese Nachricht löste bei vielen Menschen Lachen aus, wurde emotional und freute sich für dieses Paar. Florence Mbreisen und Beatrice Eggly waren einst Konkurrenten beim Musikwettbewerb Deutschland sucht den Superstar DSDS, der deutschen Version von American Idol. Während ihres Wettbewerbs bauten sie eine besondere Beziehung auf, eine Verbindung auf und neben der Bühne. Diese Verbindung hört nicht auf der Ebene der Freunde auf, sondern hat sich zu wahrer Liebe entwickelt. Ihre Liebesleben war nicht einfach, insbesondere angesichts der Aufmerksamkeit und des Druck der Medien und der Öffentlichkeit. Florence Mbreisen hatte einst eine berühmte Beziehung mit Helena Fischer und auch Beatrice Eggly hatte viele ähnliche Beziehungen, bevor sie Florian traf. Das Verständnis, die Liebe und die Verbundenheit zwischen ihnen hafen ihnen jedoch alle Schwierigkeiten zu überwinden. Florens Entscheidung, seine Heiratsabsicht in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, hat Fans und die Öffentlichkeit auf der ganzen Welt überrascht und begeistert. Auf dem geteilten Foto stehen Florian und Beatrice Seite an Seite mit Augen voller Liebe und Glück, dazu eine romantische Bindunterschrift. «Ich habe die außergewöhnlichste Frau der Mensch gefunden und ich möchte sie dir widmen, ihr ganzes Leben lang zu lieben und für sie zu sorgen. Beatrice Eggly, willst du mich heiraten?» Dieses Foto und die Weitergabe gingen in den sozialen Netzwerken viral und wurden zu einem heißen Thema in den Medien. Die Menschen waren nicht nur beeindruckt von Florens Mut, seine Gefühle öffentlich auszudrücken, sondern auch von der Liebe und Schönheit dieses Paares. Die traumhafte Liebesgeschichte von Florens Zimmerreisen und Beatrice Eggly sorgt vom Sicht der Liebe über alle Schwierigkeiten und Turbulenzen. Trotz von Druck und Vergleichen seitens der Öffentlichkeit, bleiben sie standhaft und fanden wahres Glück in ihrer Liebe. Sicherlich hat der Heiratsantrag von Florens Zimmerreisen mit Beatrice Eggly viele Fragen über ihre Zukunft aufgeworfen. Das Wichtigste ist jedoch die Liebe und das Verständnis zwischen ihnen und hoffentlich werden sie weiterhin eine glückliche und dauerhafte Ehe aufbauen. Dies ist eine traumhafte Liebesgeschichte und wird sicherlich auch in naher Zukunft ein heißes Thema bleiben. Bemerkenswert ist auch der hässliche Empfang von Publikum und Fans nach der öffentlichen Trauungsbotschaft von Florens Zimmerreisen und Beatrice Eggly, das Paar erhint Segen und gute Wünsche von Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Fans strömten zu ihren Profilen in den sozialen Medien, um ihre Begeisterung und aufrichtige Unterstützung auszudrücken.